Ich programmiere Minecraft-Mods für YouTuber. Wichtiger hat gesagt, er will Vögel in Minecraft oder Affen. Ich dachte mir, Affen sind ein bisschen spektakulärer, deswegen habe ich das gemacht. Ich muss dafür natürlich ein 3D-Modell erstellen. Jetzt noch die Farben. Besser kann man es fast nicht hinbekommen. Und jetzt kommt der Test. Ja, der Affe ist da, aber irgendwas ist komplett schiefgegangen. Also er ist viel zu klein und die Textur ist auch... Okay, die Textur konnte ich beheben, aber er ist irgendwie ein bisschen klein und ich glaube, er verliert auch die ganze Zeit Leben. Deswegen ist er so rot. Ja, also ich habe mein Bestes gegeben. Sieht irgendwie nicht wirklich wie ein Affe aus, aber egal. Ich gebe dem Affen mal noch ein paar krasse Fähigkeiten. So, komm doch her, komm doch her. Bam. Hä, warum treffe ich den nicht? Hallo? Oh! Oh! Was geht mit dem ab?